Das ist eine im wahrsten Wortsinn schwerwiegende Entscheidung. Die neuseeländische Fluglinie Air New Zealand verlangt von ihren Fluggästen, dass sie sich vor dem Einsteigen in internationale Flugzeuge wiegen. Dies sei notwendig, damit die Piloten die tatsächlichen Kosten für das Auswuchten der Flugzeuge vor dem Start besser verstehen könnten, erklärt die Fluggesellschaft. Die Fettleibigkeitsrate steigen in Neuseeland an. Auch die nationale Regulierungsbehörde Civil Aviation Authority verlangt die gewichtigen Daten. Man verspricht, dass die fundigen Messergebnisse für andere Passagiere nicht sichtbar sein werden.